Walking Dead, Staffel 2, Episode 1, Folge 3. Okay. Was? Ihr Idiot! Every lurker for 5 miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody's just calm down for a second. Clementine, you okay? I'm not... I'm not working for anyone. I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now, what the hell is wrong with you people? Okay? She's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. It's okay. Go ahead. He's a doctor. Orlando Blue Spiel also auch mit. Damn. That must have hurt. Und Hermes von Futurama. Hmm. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bitten, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. Oh. Hello. Oh. 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 You're in charge around here, right? You want to be sure about something like this. I'm on your side, kid. No need for a guilt trip. Oh. Sarah. What'd I say? Stay inside. Hmm. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again. I promise. And where exactly would you go? To find my friend Krista. Forget it. You won't get five feet. Look. I may be in the minority here, but my gut tells me she's telling the truth. It probably is just a dog bite. Probably. I don't know. I don't know. I don't know. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. Oh. We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. Huh? What about my arm? It needs to get cleaned and be stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with it. Alvin, please. But, yeah. We can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out, you're telling the truth. I'll clean it, stitch it up for you in the morning. But... I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's alright. Always got his mom's temper. Come on. As if she's just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the ship. My arm really hurts. I don't know what to tell you except hold out the best you can. We'll see what we can do in the morning. If I make it until then... Maybe you could get me some supplies? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Jetzt hat der schon wieder einen Finger am Abzug. I can't believe this. I can't believe this. I can't believe this. Farben. Und Alkohol. Mehr braucht's doch nicht. Im Leben. Stück Stoff für die Kälte. Ein Stück Faden. Als Zahnseide, weil man da immer aufpassen muss. Ich glaube, wenn ich muss... Ich kann das für Stiches benutzen. Ich kann das für einen Anker und ein Rechen. Sieht aus wie die Family Guy-Folge mit dem 6-Dollar-Mann. So. Es ist angerichtet. Aber mit dem Anker und dem Rechen lässt sich ein super Slapstick-Sketch konstruieren. Oh, mit dem Hammer müssten wir das Brett rausziehen können, oder? Mit dem Kopf. Au. Oh, Klemente. Da sind die anderen Arme auch noch gebrochen. Die ist aber auch ungeschickt. War sie jetzt kaputt? Na dann. Auf die Kiste. Schreit sie denn dadurch jetzt in einer coolen Lebensgefahr? Wieso? Und tut es nur Arschweh, wenn sie den Arm jetzt bis morgen nicht... Naja, wenn da eine Blutvergiftung reinkommt und so. Und das nicht infiziert wird. Sprich, kann ich zwar argumentieren, dass ich hier ausgebüxt bin, weil ich unbedingt einen Verband brauche. Oder erschießen die mich dann vor den anderen Typen. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas liegt, was ich mitnehmen kann, bevor ich ausbüchse. Du kannst ja argumentieren, du konntest nicht die ganze Nacht in der Hütte sitzen, weil nicht genug Holz zum Schnitzen da war, um über deine Fehler nachzudenken. Wie der Michel aus Sonneberger. Wie alt ist denn Clementine jetzt? Acht? Ne, vielleicht zehn? Neun? Ich habe ja nicht aufgepasst, wie alt sie war, als es angefangen wird. Was sind das für statistische Autoren, die sowas alles... Äh? Die sagen ja zu den Walkern auch Lurker. Was in der deutschen Fassung von der Serie regelmäßig für Verwirrung sorgt, weil... In der deutschen Version sagen die zu den Walkern Beißer. Und dann gibt es aber wieder andere Gruppierungen, die nennen die in der englischen Version Biters. Und dann müssen sie sie da anders wieder nennen. So wie dann? Ich glaube, es sind dann die... Ist das die Schnapper oder so? Ich weiß es nicht mehr. Äh. Wer mag uns denn von denen außer dem Luke? Der Pete? Der war auch ganz okay, oder? Oh, da war noch ein Fingernagel eingerissen. Shit. Also hier, die... Die Frau mag uns überhaupt nicht? Die Schwangere? Oder ist die nur dick? Wahrscheinlich mag sie uns deswegen nicht. Ich bin dick und du nicht. Was ist denn das? Ist das Klopfen, oder? Ich will aber da nicht klopfen. Ich will da auch nicht vor... Nein, ich will da nicht vorbei. Das macht mich so, wie ein verdammter Idiot, wenn wir nicht auf der gleichen Seite sind. Wir sind auf der gleichen Seite. Nicht da draußen waren wir nicht. Nicht über die Mädchen. Ich sah, dass du so leichter geworden bist. Was willst du mir machen, Beck? Ein Blut in das? Ich will, dass du über unsere Familie erst überdenkst. Das ist alles, was ich über sie denke. Also nicht mir einen Schuss. Ich brauche den Herr. Weißt du, der hilft uns. Ich probiere das jetzt. Ich riskiere das jetzt. Das machst du. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dich. Ich brauche mich nicht zu tun. Ich brauche mich zu schützen. Du bist aus deinem Gehirn? Selbst wenn du nicht mit einem Lerker bist. Du bist wahrscheinlich. Du kannst nicht hier sein. Du musst rauskommen. Du verstehst? Geh zurück in die Hälfte, und Carlos wird dich in der Morgen geholfen. Du lässt mich nur sterben? Ich würde dich nicht machen. Das ist nicht mein Telefon, wir sind ein Grupp. Aber du kannst du helfen. Und wenn du nicht, ist das nicht das gleiche? Ich weiß nicht, okay? Ich bin ernsthaft, du musst raus raus. Ich habe gesehen, als alle beruhigte. Du willst du helfen. Du hast nichts gesehen. Du musst raus raus, bevor meine Frau dich verletzt. Ich bin ernsthaft, du musst raus. Ich habe schon genug Probleme. Ich habe ein Baby auf dem Weg, Rebekka ist all emotional. Ich habe ein Messer-Hormones, die uns mit uns Probleme verletzt. Bitte, Hilfe. Bitte. Jangan schreien. Ich werde nicht schreien. Ich werde nur... ...schreien. Du bist nicht mit Carver. Nein. Und du hast nicht getötet von einer mitten. Nein. Ich werde alles tun, was ich kann, um deine Situation zu helfen. Alles tun. Except für mich alleine. Ja. Ich glaube. Ich bin schrecklich, wenn jemand herausfinde, dass ich das gemacht habe. Du verstehst? Ja. Ja. Was hast du? Das Kutte auf meinem Arm muss sich verletzt und schreien. Schreien? Ich mache das nicht. Ich werde es selbst herausfinden. Ich werde es herausfinden. Okay, ich weiß nicht, was ich kann finden. Wir sind kurz auf banden, aber ich könnte es finden, was funktioniert. Das ist ja doch ein netter Kerl. Ich habe dir ein paar Bandage gefunden. Und ich habe dir eine Juicabokse, in case du bist zufrieden. Awesome. Zungkist. Danke. Ich habe eine Hausmitte in fünf Minuten. Oh, okay, danke. Jetzt musst du gehen. Oh. Jetzt brauchen wir noch irgendwas zum Desinfizieren. Schnaps. Geht es mit Sprit auch? Hm. Ist doch nicht so gut. Stinkt auch. Paroxide. Sollen wir da reinschleichen? Nee, oder? Wieso nicht? Probier es nochmal. Zuhören. Gott sei Dank. War da nicht irgendwo noch... Wo ist es da unten? Ach schon, unterm Haus könnten wir vielleicht irgendwie so... Hüpp, falsch. Falsch gedrückt. In den Keller, oder wie heißt denn das da? Unter der Veranda. Dass da so Vorratsraum oder sowas ist. Hammer. Jetzt haben sich in den Kommentaren zu der Ankündigung, dass wir das spielen einige Leute echauffiert, dass sie die neue Steuerung blöd finden. Ich sehe da überhaupt keinen Grund zur Kritik. Also... Geht doch alles ganz easy. Ja, von hier aus auch. Spielt sich fast von selbst. Ja, immer wenn es so unter Häuser geht, so wie da, dann muss ich an LA Confidential denken. Mhm. Voll eklig. Bebe. Spitzenfilm, aber... Trotz Ruzzlecrow. Tja. Ja, was denn nun? Hammer, Messer oder Spock, Hand? Wie schön furcht. Hammer ist vielleicht ein bisschen laut, oder? Wenn wir Messer ein bisschen schnitzen. Oh je. Nooo. Jetzt können wir nur noch Sauron die Hand abschneiden. Guck bestimmt was nächstes. Ah, Sauron! Achso, doch nicht. Meine Fantasie ist mit mir durchgegangen. So, jetzt wird in ein Meeting reingeplatzt. Well, Luke hat mehr zu sagen, ich denke. Wo ist Sarah? Sie hat ihre Bücher. Sie muss nicht ein Teil davon sein. Ich will doch da nicht rein platzen. Du könntest das Sunkist-Backerl aufglasen und irgendwo hinlegen. Da hinter den Rechen. Sage, wie sie ist? Dunках nicht spricht. Was denn ihr? Was sie renewiert? Soll diesenain Erklärung ankommen nach Sauron, wir Carlis haben heute nochmit. Manchmal ist es, sie unter unsere slope. Manchmal ist es ihnen憑意, aber wir wissen es. Sie hat nach jemandem yarn vor dir? Sie ist nicht Lily von ihnen dabei. Sie sagt mir eine Freundin. Das sagt sie war bei jemandem, wenn sie gef Bin und An fearlessaneben verloren haben, Ja, genau. Wer auch immer, sie ist mit. Sie werden wahrscheinlich suchen, sie suchen sie. Great. Sie zeigen uns, und wir haben ihr Leben in der Scheibe. Du denkst, wir sollten sie in die Hand bringen? Nein, ich glaube nicht. Sarah. Vielleicht hilft die uns ja, oder liefert uns ans Messer. Da wird schon Grund geben, warum die nur daheim sein darf und nicht rausgucken darf. Eine Ente. Ente, 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 Ente. Ich habe heute ein Video gesehen über kleine Tiere, die versuchen nicht einzuschlafen. Das ist das Süßeste, was ich je gesehen habe. Kleine Enten auch. Da ist ein Entenküken dabei. Da wirst du bescheuert. Wie es sich dann wieder da rappelt und dann so im Kopf schüttelt. So gut. Da waren wir ja schon. Ne, wo sind wir hergekommen? Du kannst ja nochmal lauschen, vielleicht kommt da mehr bei raus. Look at the table. Kann man das ausbrennen? Das ist halt nicht unbedingt die leiseste Art und Weise, das zu machen. Wobei schmerzhaft wird das so oder so. Können Sie da vielleicht etwas Gedanken dazu machen, wie wir die Wunde reinigen möchten? Dann würde ich jetzt hier eine kurze Pause machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.